so da sind wir schon wieder zurück nämlich mit dem deadpool endlich sind die aufgaben da ihr wisst ja vorher kamen die aufgaben immer um drei uhr jetzt kommen die aufgaben aber um vier uhr wegen der zeitverschiebung beziehungs nicht zeitverschiebung was rede ich denn für blödsinn wegen der uhrzeit umstellung weil wir wissen ja früher war der shop um ein uhr nachts jetzt um zwei uhr nachts vorher waren die aufgaben um 15 uhr jetzt sind sie um 16 uhr wir gehen auch direkt mal rein und bevor ich euch das ganze natürlich zeige ihr seht schon hier steht alles unter wasser was macht dieser deadpool der blödsinn im kopf der kerl so wie hier steht finde deadpools schwimmhilfe ganz entspannt wo finden wir die richtig wieder irgendwo versteckt und wo ist sie drin ich glaube bei ihr war es da ist die schwimmhilfe schon also einmal kurz draufklicken zack finde deadpools schwimmhilfe und fertig ist der lachs für alle die sich jetzt fragen warum steht im titel noch was von skin verlosung etc pp ganz einfach wir verlosen immer noch skins wenn ich halt eine solo runde gewinne aber nicht an alle normalen zuschauer sondern halt an die supporter was die mitgliedschaft betrifft also wenn du lust hast auch ein skin zu gewinnen gerne mitglied werden im chat die besonderen emotes benutzen können und im live stream ein bisschen abchillen und hast du nicht gesehen wir machen natürlich auch custom games zwischendurch mal ein skin contest wenn es irgendwie die zeit zulässt beziehungsweise mal eine runde starten kann ich würde sagen das war es eigentlich schon wieder mit der aufgabe wenn ich dir damit helfen konnte gerne ein abo dalassen like nicht vergessen und alle anderen natürlich auch und in diesem sinne haut rein